so okay noch mal bitte noch mal bitte hallo bitte noch mal bitte links 4 kamera 5 4 3 2 1 rechts 6 dann 150 bremsen rechts halten über 50 blind kehre links 100 in bergauf kehre rechts 150 links 600 vorsicht links 5 minus lang über flache gruppe links 30 links 4 links 4 plus 90 grad rechts ist das die korrekte perspektive scheint so ein bisschen dicht auf links 4 plus amaturbette 90 grad rechts 100 in links 4 plus lang inhalten schließt rechts fehlen sofort ihre links und rechts 5 und rechts voll 150 links 3 wenn sofort eingekehrt rechts dann rechts 5 rechts 50 links 4 der erste rechts 50 links 4 und der plus hier 50 links 5 70 rechts 5 für 150 warum stemmen nachdem bremsen mal nach oben innen innen einfach rechts 4 links 5 in rechts 5 3 4 links 4 plus 5 links 4 links 4 4 6 4 4 5 5 öffnen 1 nachdem ganz normal also in also und eben oder was lieb rechts bei 100 links der minus überwälder das recht 6 und rechts 6 130 nicht richtig schlagen links hier 150 überwelle links von bremsen langsam 2 321 oder 20 achtung links bei 80 ich glaube das war ein bisschen viel Okay nochmal links zwei hängen, achten, rechts zwei halbern Vielleicht doch nicht Links sechs schneiden Oh Himmel Oh Himmel Okay noch beschissen als er Gleich zwei halbern Links sechs schneiden Wieso haben wir es kaputt? Ich hab das Gefühl, irgendwas ist kaputt Nichts, ich bin rechts unten Links fünf höhere Welle In rechts zwei plus Achtung, Landesamt Welle Sofort links eins plus lang Rechts zwei lang Rechts zwei lang, dann links voll Ah, der Kühler ist heile Ein 100 In links sechs dann So pass noch Und links vier Und Welle Und rechts sechs in links Dann rechts vier Rechts vier plus schneiden Links sechs Rechts sechs Rechts sechs dann links Über Welle Und am Ausgang Rechts links 6 100 Frost Äh Für 200 Verläuft Verkauf In rechts vier lang Über Welle Und Welle In links fünf Über Welle Und links zwei plus Plötzlich Links fünf Links Durchfuss Dann rechts mal 100 In rechts Inhalt Ähh Links 4 50 und recht kompletter schmack jetzt nicht rum links drei landein und ich muss ein wenig bei bloß schneiden in der ecke rechts so viel rot wird unterwegs hier rechts der kapitel inhalten rechts rechts gas rechts über welle ich weiß nicht über drei welt in sofort ihre linken bekämpfer aber ausgaben lieb sich durch post den rechts schneiden einhundert in rechts hier über flache koppel rechts und links bergab gut probe links beinhalt rechts und links 70, rechts voll für 300, rechts voll für 300, Achtung, die Bremse sofort kehre rechts, schließt bergab mit Camper. Warum ist die Verbindung immer so schlecht, wenn der Motor läuft? Links 2, bergab an der Brücke, 50, links halt, überkuppeln, links, ne lange sinken, rechteck, kurz nicht. Rauschenunterdrückung hast du nicht an bei Discord, ja? Bitte? Rauschenunterdrückung hast du nicht an, oder? Ne, 50 überkuppeln, bis 15 bis 10 an oder 50 überkuppeln, bis stoppt. Ne, das war mit dem Ford live schneller. Mit dem Ford Escort Gruppe A8. Und vor allem hatte ich da noch eine heile Lenkung. So ein Mist zusammengefahren. Äh, was ist jetzt meine Gruppe? Ach, nach Gruppe, 40, okay. Ja. Weil, wenn das untersteuert hat, schon beim Bremsen ständig. Und der Franz Jahr geht mir auf den Keks. Auf der Front, ja, ist klar. Acht mal, hakt's. So, da haben wir Kies mit bei. Okay. So, dürfte passen. Ah, ich muss das Cockpit auch noch... Oh, ich hätte den einmal vorher fahren sollen, bevor ich den jetzt ausgewählt habe. Ah. Ne, nicht Pace, not zum Spiel. Kamera. Da sind sie ein bisschen dicht aufm... 30, links 2 extra lang. 5... Ne, da ist doch der Countdown, da ist es... ... ... ... ... ... ... Okay, 30, links, zwei extra langen. Rechts nach Halpern, abbiegen rechts vier. 150 überlangen Kumpel. Brauchst du nicht so schnell lesen, unbedingt. 150 überlangen Kumpel, Misty, sofort abbiegen, 90 Grad links. Wann das denn jetzt? Hinten, ja, Heuballen senken für 50 durch Tor. Diesmal nicht so schnell, dann kommt das vielleicht auch durch. Gehen rechts eins lang, links halten, über Kumpel, in spitz rechts, nicht schneiden. Dann Vorsicht, Schikane eingangs rechts, hängen um Reifen. Tempo eins, rechts drin Vollgas. Vorsicht, Doppelschikane eingangs rechts, eingangs links, Tempo zwei und rechts vier, kurz. Alter, wir blockieren die Reifen ständig. Gehen abbiegen, Vorsicht, abbiegen links zwei. Neußer, 50, rechts drei, 60, gehen bergab, umhänge ich die da links. 100, rechts vier. Links fünf. Ich hab' im Gefühl keine vor... Alter, wir sind... Rechts fünf, links fünf, rechts, 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 rechts. Was ist das denn für'n Scheiß? Rechts voll, mittig halten, links sechs, Minus. Vorsicht, besser gucken, sofort links zwei, bergab halb lang. 40, rechts zwei, ne rechts zwei extra lang und links voll. Links halten. und rechts voll hast nicht ab wegen links weiter und brücke 70 recht weg den vorsicht ab wegen rechts ein hundert bergab über zwei welt rechts hier große klingstatt überbrücke 80 holger ist gerade über kurz vielleicht sprung 60 links 6 bis 5 rechts 3 links voll überbrücke sofort rechts halt überkreuze Warte Twisty Twisty Ja das Twisty gleich mit ansagen Das gehört doch dazu Junge Links 4 Rechts 4 extra lange Flicksicht Abwiegen 90 Grad links voll Kann ich mir erklären warum die Vorderreifen die ganze Zeit am Flickschen sind Keine Ahnung 90 Grad links voll für 60 In rechts 46 Links 4 100 in rechts 3 Und ich soll ihn und ich denke Und rechts 2 extra Links Und links Und links 50 Rechts voll In links 4 plus In Vorsicht Rechts 2 Schneiden Senk Brück am Ausgang Dann In links 45 Links voll 70 Mittig überlau 30 Rechts 5 Halter 40 Links Und Vorsicht Teufel Wir sind Brücke 60 Links 5 In rechts 5 Links 6 Im Reifen Gerade über Kuppe Rechts 5 Bremsen Link Jetzt Rechts 5 Bremsen Links Guck mal Guck mal Guck mal Was ist denn jetzt für'n Scheiss Was hat das Ding Allrad Mann Hängen abbiegen, rechts 2, dann Asphalt 100 Ich meine wie das Kursesdifferential Die Kupplung ist für den Arsch Hänge abbiegen Rechts 2 durchs Vor Guck mal die Scheisse Rechts 2 halb lang innen halt Kuppe rechts 5 Links Rechts 2 halb lang innen halt Guck mal rechts 5 Links Und We're glünen dem Kruppel In der Grapfe Dost Den rechten Treinen 15 15 1 1 1 2 1 2 das war schmerzhaft selten bin ich so scheiße gefahren und doof dass es sein wird was überleben sind denn die reifen und die ganze zeit am kritischen gewesen keine ahnung ist das weil die so früh geschlossen haben die differenziale ich habe ja die federvorspannung runter genommen könnte sein dass es deswegen ist was die einfach früher geschlossen haben was dann dazu auch führt dass die schneller drehen auf super regen mit wenig grip ja dann quitscht das wahrscheinlich eher immerhin nach klasse nach der stage 26 nach der stage insgesamt 28 nach der stage nach klasse 27 ist doch gut meiner klasse 27 gute arbeit von der mein ich war keine ahnung